Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gucken wir einmal, dass wir eine Schnellübersicht erstellen über all die Möglichkeiten, die ihr habt, um eure russischen ADRs in Originalaktien zu tauschen. Und ja, ich habe ja mich mit Freedom Finance in Verbindung gesetzt und bin relativ begeistert davon, wie sehr die sich engagieren, um eure Aktien zu tauschen. Ganz viele von euch haben sich jetzt an die auch schon gewendet und ich bin wirklich froher Hoffnung, dass ihr bald, nämlich ungefähr am 21.8. eure Originalaktien in eurem Depot haben werdet. So, wir machen jetzt einmal einen Schnellüberblick nochmal über die Schritte, die ihr durchführen müsst, um diesen Wechsel hinzubekommen. Ich erkläre euch nochmal die beiden Wege, die es gibt, um das zu erreichen und wann ihr welchen Weg einschlagen solltet. Und ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Außerdem erkläre ich euch nochmal ein bisschen was zur Gebührenstruktur. Da hat sich noch ein bisschen was gewandelt. Insbesondere für Leute, die sehr, sehr große Depots haben, wurde das Ganze jetzt nochmal, ich sage mal, wesentlich freundlicher angelegt. Dementsprechend würde ich sagen, ja, gucken wir einfach mal, wie das Ganze so läuft und auf geht's. Beginnen wir einmal damit, womit müsst ihr rechnen, wenn ihr solch einen Antrag stellt, beziehungsweise wenn ihr versucht, die Aktien zu tauschen. Die Kosten dafür jetzt bei Freedom Finance, also jetzt bei der ersten Variante, wie ihr eure Aktien übertragen könnt, sind zwischen 1 und 3%. Wobei es dabei nicht wirklich um eure Positionsgröße geht, bei diesen Werten, die dort angegeben sind, sondern es geht um eure Depotgröße. Das heißt, wenn ihr ein sehr großes Depot, jetzt angenommen, ihr würdet euer gesamtes Depot jetzt zu Freedom Finance verlegen und euer Depot hätte dann eine Größe von 500.000 Euro zum Beispiel, würdet ihr halt nur noch 1,5% Gebühren zahlen. Natürlich nicht von dem Gesamtbetrag, sondern halt von dem Betrag der russischen Aktien, die ihr halt umwandeln wollt, beziehungsweise der russischen ADRs. Kommen wir jetzt auch einmal, ich sag mal, zu dem besten Weg oder zu dem Weg, von dem Freedom Finance davon ausgeht, dass er auf jeden Fall funktioniert. Das ist halt die Variante, dass ihr ein Depot bei Freedom Finance eröffnet. Dazu habe ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung gepackt und auch im ersten Kommentar findet ihr den Link. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich kriege eine kleine Provision, wenn ihr das benutzt. Also wenn ihr hier meine Arbeit und eure Unterstützung ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr über diesen Link geht. So, also ihr öffnet das Depot. Dann müsst ihr die ADRs halt auf dieses Depot übertragen. Ich habe euch einen Mustertext dafür einmal in die Videobeschreibung gepackt, wie ihr das machen könntet. Ihr müsst das natürlich noch auf eure Daten anpassen. Wichtig, wenn ihr das schon mal gemacht haben solltet, mit dem Text, den ich da drin hatte, da war ein kleiner Fehler drin. Das Problem ist, dass in dem Text, den ich euch am Anfang da reingepackt hatte, dass ich da stehen hatte, Freedom Finance Germany GmbH. Und das ist halt nicht richtig, sondern das muss an die Freedom Finance Europe Limited gehen, mit den entsprechenden Werten, die wir jetzt hier haben. Also, solltet ihr nochmal einen Depotübertrag machen, seht bitte zu, dass ihr die richtigen Daten hier einmal ansetzt. Ihr könnt euch jetzt dieses Formular, was jetzt abgesegnet wurde von Freedom Finance, dass das so funktionieren sollte, könnt ihr euch einfach runterladen. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schritt Nummer 3 ist dann, dass ihr bei Freedom Finance einmal den Empfangsauftrag beantragt. So richtig genau die ganzen Schritte durchgehen, tue ich in dem Video, was ich extra dafür erzeugt habe. Den Link findest du hier oben irgendwie in der Ecke. Dann Schritt Nummer 4 ist, dass ihr einmal das Geld auf das Depot bei Freedom Finance überweist. Und dann müsst ihr noch den Umwandlungsantrag stellen und zwar bis zum 11, also am 11.8. sollen sie umgewandelt werden. Das heißt, der Umwandlungsantrag müsste am 10.8. dann bei Freedom Finance eingehen. Wie du genau diesen Umwandlungsantrag dann nochmal stellst, das zeige ich dir nochmal. Es könnte gut sein, dass der Weg, den ich in dem anderen Video zeige, mit diesem Text einblenden, dass der wahrscheinlich nicht ausreichen wird oder nicht so funktionieren wird. Da ist gerade Freedom Finance bzw. die Technikabteilung von Freedom Finance dabei, euch nochmal eine richtig gute Wechselmöglichkeit quasi anzubieten. Und genau darum geht es dann halt in dem nächsten Video. Das heißt, ja, also lass ein Abo da und aktiviere auch die Glocke, dass du das Video wirklich sofort angezeigt bekommst, wenn die neue Funktion implementiert ist. Das wird auf jeden Fall jetzt bis zum 10.8. werde ich dazu ein Video machen. Das heißt, sobald die Schänner mir da Bescheid gibt, das ist so die Hauptverantwortliche für die deutschen Kunden, dann werde ich dir genau das auch einmal präsentieren. Wenn du diesen Umwandlungsantrag stellst bei deinem Broker, dann kann es sein, dass die ein eigenes Formular dafür haben, dass du also quasi nicht das Formular nutzt, was ich jetzt da habe. Dann musst du halt die Empfängerbank dort eintragen. Das, was hier in Klammern steht, das sind einfach nur Informationen für dich quasi, damit du nochmal weißt, was das ist. Also das hier ist jetzt der Abwicklungsort. Also es muss halt an Euroclear übertragen werden. Und das ist halt das entsprechende Konto von Freedom Finance. Also die quasi die Verwahrstelle, wenn man so will, wo die ihre ADRs liegen haben und wo du die dann halt hin übertragen musst. Dann schreibst du am besten auch noch hier diese Informationen da auf diesen Antrag, dass das Settlement halt diese E-Mail-Adresse hat. Dann können die sich nämlich direkt auch mit Freedom Finance in Verbindung setzen. Wie wird es jetzt weitergehen? Also angenommen, du hast jetzt diese ganzen Anträge gestellt, eventuell hast du das ja auch schon gemacht. Wie sind jetzt die weiteren Schritte? Also am 11.8. wird Freedom Finance die Umwandlung einleiten. Das heißt, alle ADRs, die bis dahin dann bei Freedom Finance sind, werden dann in Originalaktien getauscht, soweit ihr halt diesen Tauschantrag gestellt habt. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass das passieren kann, ist logischerweise, dass die ADRs auf dem Depot sind bei Freedom Finance. Nummer zwei, dass du das Geld überwiesen hast, damit die Gebühren quasi einbehalten werden können für den Umtausch. Und dass du den Antrag auf dem Webformular halt ausgefüllt hast. Wie gesagt, die Info dazu bekommst du jetzt dann noch demnächst. Im Notfall kann es auch sein, dass du noch am 11.8. den Antrag stellen kannst, wenn dann zufällig am 11.8. deine Wertpapiere quasi auf dem Depot, der bei Freedom Finance gelandet sind. Und ja, dann sieht das auf jeden Fall relativ gut aus. So, jetzt ist die Zeit natürlich schon relativ knapp, um das jetzt noch bis zum 11.8. zu übertragen. Nichtsdestotrotz könnte es ja durchaus sein, dass wir eine weitere Verlängerung sehen werden, dass der Übertrag noch weiter stattfinden kann. Also auch das wäre, denke ich, durchaus möglich bzw. denkbar. Und dementsprechend macht es meiner Meinung nach auch trotzdem jetzt noch Sinn, diesen Weg einzuschlagen. Jetzt gibt es allerdings noch eine zweite Möglichkeit. Ja, ich habe das jetzt mal die Notlösung genannt. Weil in manchen Fällen ist es so, dass eure Broker sich irgendwie querstellen und die ADRs partout nicht übertragen wollen an das Freedom Finance Depot. Ich habe nicht wirklich eine Erklärung dafür, auf welcher rechtlichen Grundlage die das machen. Die glaube ich ist sehr, sehr dünn, wenn die euch das verbieten, eure Aktien zu übertragen. Nichtsdestotrotz passiert es ab und zu. Viele von euren Banken und Brokern haben euch solch eine E-Mail geschickt, wo sie euch auffordern, einen Auftrag zu erteilen, die ADRs in Originalaktien zu tauschen. Auch das ist eine Möglichkeit, die ihr gehen könnt. Wenn ihr das macht, gibt es auch hier wieder die Voraussetzung, dass ihr ein Depot eröffnet bei Freedom Finance. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Danach den Umwandlungsantrag bei eurem Broker stellt. Also quasi diesen Weg, den die dort vorschlagen. Ja, wie man das machen sollte. Und um dann im Anschluss, wenn die dann die Aktien getauscht haben, das sieht euch dann die Originalaktien auf das euer Depot bei Freedom Finance übertragen. Wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr gewisse Informationen. Und diese Informationen findet ihr jetzt hier. Also das sind die Informationen, die eure Bank braucht, um eure Aktien zu übertragen. Ja, also um eure Aktien auf das Depot bei Freedom Finance zu übertragen. Wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr diesen Auftrag erteilt habt, hier mit den entsprechenden Informationen, die ihr jetzt halt hier sehen könnt, dann müsste es eigentlich auch funktionieren, dass das Ganze halt an Freedom Finance übertragen wird. Jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn ihr den Umwandlungsantrag erteilt habt bei eurer Bank, dann nehmt ihr bitte einmal diesen Umwandlungsantrag, den ihr dort hingeschickt habt und schickt den bitte auch an Freedom Finance, damit die informiert sind, dass eure Aktien dort bald ankommen. Wenn ihr das nicht macht, kann es Probleme bei der Zuweisung von euren Aktien auf euer Depot geben. Deswegen, ganz, ganz wichtig, seht bitte zu, dass ihr die einmal informiert. Ihr seht hier zwei E-Mail-Adressen, einmal clients.freedom24.com und bitte noch die E-Mail-Adresse von der Schenner, ja, schennerstrauß.freedom24.com Informiert bitte beide einmal über eure Probleme, wenn man so will, beziehungsweise über euren Auftrag, damit die das dann halt sauber auf euer Depot buchen, damit ihr dort auch wirklich keine Probleme habt. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, dann wird eure Bank die ADRs tauschen in Originalaktien und diese dann übertragen an die Tochter von Freedom Finance in Russland, ja, weil nur die können diese Aktien annehmen. Dann wird sich Freedom Europa mit eurem Depot an Freedom Finance Russland melden und sagen, hey, du hast da Aktien bekommen. Die werden nämlich dann bei Freedom Finance Russland erstmal in ein unidentifiziertes Konto gelagert, um dann dieses dann quasi euch zuzuordnen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ja. Also das ist der Weg, der dann da passieren wird. Ihr braucht da, denke ich, keine Sorge haben, dass das nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, Freedom Finance weiß, was sie dort tun. Ja, aber es kann halt so einen Zwischenzeitraum geben, wo die Aktien auf eurem alten Depot quasi weg sind und noch nicht auf eurem neuen eingewiesen sind, weil diese Zuweisung von Russland nach Europa noch nicht stattgefunden hat. Ja, nur so für euch, für eure Informationen. Wonach richtet sich denn jetzt, welchen Weg ihr einschlagen solltet beziehungsweise noch einschlagen könnt? In erster Linie richtet sich der Weg nach der Frist eures Brokers, ja. Also euer Broker nennt euch in den Nachrichten, die er euch in letzter Zeit geschickt hat, eine Frist, bis wohin ihr euch entschieden haben solltet, eure Aktien zu tauschen, ja. Nach dieser Frist solltet ihr euch richten, damit ihr den Umtausch auch wirklich hinbekommt, ja. Wenn diese Frist schon sehr bald ist, wie zum Beispiel bei der Volksbank in Wiesbaden, diese Daten jetzt ohne Gewehr, die wurden mir genannt, dass das hier die Fristen sind oder hier Smart Broker 5.8. oder Commerzbank 8.8., ja. Also wenn wir schon in der Nähe von diesen Daten sind, die ihr dort habt, ja, dann solltet ihr bitte eher den zweiten Weg einschlagen, damit der Wechsel auch wirklich stattfinden kann. Weil wenn ihr jetzt halt dann einen Depotübertrag beantragt, so, und das dann halt nicht mehr rechtzeitig bei Freedom Finance landet, also wie gesagt, bis zum 11.8. müssen die Aktien ja quasi auf das Depot bei Freedom Finance gebucht sein, wenn es keine Verlängerung geben sollte, ja. Also das ist auf jeden Fall die Situation, die wir da gerade haben, ja. Also wenn ihr da nah dran seid, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Volksbank 3.8., das ist ja schon morgen, ja, oder hier auch Smart Broker 5.8., dann guckt mal, dass ihr den zweiten Weg einschlagt, soweit euer Broker euch das überhaupt anbietet, ja. Viele Broker haben auch überhaupt nicht reagiert und haben ihren Kunden überhaupt keine Möglichkeit genannt, wie sie jetzt die Aktien quasi tauschen können bzw. tauschen sollen. Ja, das war der Schnelldurchgang durch die beiden Möglichkeiten, wie ihr eure Aktien tauschen könnt. Wenn euch das Ganze jetzt noch unklar ist, dann schaut doch mal, hier habe ich noch zwei Videos für euch. Das eine Video ist wirklich die 1 zu 1 Erklärung, wie ihr das mit dem Übertrag macht, also quasi für diese Variante Nummer 1 und das andere ist eine Erklärung für Spezialkonten. Also angenommen, ihr habt ein Konto für eure Kinder eingerichtet oder ihr habt ein Konto mit eurer GmbH oder ihr habt ein Gemeinschaftskonto. All das kläre ich in diesem anderen Video. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Falls ja, Daumen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!